Hallihallo lieben und Leute und zwar teste ich heute mit euch, was? Diesmal ist es ein Video und zwar Leon Riegel. Ich habe das noch nie probiert, aber ich probiere es heute mal mit euch. Ich bin gespannt, also das sind anscheinend so Riegel. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die schmecken. Das Karamell. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Dann mit morgen. Ciao.